Grüß Sie. Mein Gast heute ist der Politiker und Publizist Albrecht Müller. Herr Müller, haben Sie Willy Brandt jemals eine Geburtstagskarte geschrieben und was stand drauf? Vielleicht zweimal, aber das war nicht die Regel. Wir haben den Geburtstag dann gefeiert und haben persönlich gratuliert. Karten habe ich nicht geschrieben. Schön, dass Sie da sind. Also es wird diese Sendung vermutlich eine Art Geburtstagskarte an Willy Brandt werden. Deswegen habe ich das gefragt. Wie eng waren Sie denn tatsächlich an ihm? Also Sie haben den Wahlkampf organisiert, 1972, waren später Leiter der Planungsabteilung im Bundeskanzleramt. Würden Sie von einer Freundschaft sprechen? Wir hatten ein extrem gutes Arbeits- und persönliches Verhältnis, ohne viel Klamauk drumherum. Ich habe ihm keine Briefe geschrieben, ich habe ihn nicht bedrängt und das war auch die Basis eines sehr guten Verhältnisses. Es gibt andere Leute, die ihm permanent geschrieben haben. Ich nicht. Ich habe meine Arbeit gemacht. Die war dann auch sehr erfolgreich und ich wusste nur, dass er mich mochte und dass er meine Arbeit schätzte. Also beides. Mich als Person und in meinem Urteil und in meinem Engagement und das Ergebnis der Arbeit dann auch noch. Umgekehrt ist Ihnen das genauso gegangen. Das schreiben Sie auch gleich im Vorwort von Ihrem Buch Brandt aktuell, dass das gezeichnet ist von einer Sympathie, Willy Brandt gegenüber. Sie sind Jahrgang 38. Wie sehr haben für Sie die Kriegserlebnisse als Kind Sie noch geprägt? Die haben mich sehr geprägt. Die haben mich sowohl, was meine Einstellung zu Frieden oder Krieg betrifft, geprägt, als auch wahrscheinlich in meinem Verhalten in der Politik. Also ich habe Bombenangriffe erlebt. Ich habe den Feuerschein von Stetten, Mannheim, Pforzheim, Würzburg, Heilbronn, alles war so 40 bis 60 Kilometer von meinem Heimatdorf entfernt gesehen. Und unser Dorf selbst war Ziel von Angriffen von Bombern und Jagdflugzeugen, weil es eine Art Notenpunkt hin zu der Produktion von V2, also Raketen war. Und deshalb war das eine permanent vorhandene Gefahr letztlich. Und ich habe in jener Zeit dann auch hinterher, weil ganz viele Leute, die Kriegsgefangene waren oder Ausgebombte waren, in meinem Elternhaus zu Gast waren oder einfach da gelebt haben, deshalb habe ich eine tiefe Abneigung gegen Kriege. Und das gilt bis heute. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass man mit Kriegen Probleme lösen kann. Hat das Sie auch mit in die Politik gebracht später? Genau, das war ein wichtiges Element. Ich habe als ganz junger Mensch, als 13-Jähriger zum ersten Mal erlebt, wie mein Mathematiklehrer wirklich jede Stunde, fast jede Stunde, eine halbe Stunde über Panzerschlachten erzählt hat. Und das hat mich total gestört. Und ich habe mein Herz mal zusammengenommen und an die Hand gehoben und gesagt, wir haben Mathematikunterricht. Und das war wahrscheinlich der Akt meiner politischen Sozialisierung, wenn man einmal sowas praktisch als Kind, als Junge macht. Und dann bin ich damals, angeleitet von meinen Brüdern, auch in Versammlungen der damaligen GVP, das war eine gesamtdeutsche Volkspartei von Heinemann, die versucht hat, die deutsche Einheit trotz Westbindung noch irgendwie hinzukriegen Anfang der 50er Jahre und immer versucht hat, Angebote der Sowjetunion und des Ostblocks wahrzunehmen und nicht gleich abzulehnen. Das war die erste Nähe zu einer Partei, das erste Plakatekleben, was ich damals mit meinen Brüdern zusammen gemacht habe. Bevor Sie dann so richtig in die Politik gegangen sind, haben Sie aber den Matheunterricht erst nochmal gebraucht, weil haben Sie erst bei Marktwirtschaft gelernt. Dann habe ich studiert und an mehreren Universitäten und den Abschluss hier in München gemacht. Volkswirtschaft. Volkswirtschaft. Und damals gab es hier in München eine sehr rege Truppe von jungen Assistenten, Studenten, Doktoranden an diesem Institut für internationale Wirtschaftsbeziehungen. Und wir haben uns zusammengetan und haben einen Club gegründet, weil uns einfach störte, dass wir gut, ökonomisch, theoretisch gut waren, so dachten wir zumindest, aber das keinerlei Auswirkungen auf die Politik hatte. Aber der Weg selbst, in die Wirtschaft, in die Industrie zu gehen, ich meine, Ihr Vater war, das kann man sagen, ein toller Beruf, Zündholzgroßhändler. Ja. Das kommt wahrscheinlich noch aus der Monopolzeit oder so, ne? Ja, nein, es gab eine Konkurrenz zum Monopol auf der Verteilungsebene, also deshalb Großhändler. Aber die Fabriken waren wiederum anders organisiert, aber die Großhändler haben neben der Verteilung durch das Monopol und die Schweden selbst versucht, Kunden zu akquirieren. Und in dieser Zeit habe ich eben dann wirklich Marktwirtschaft gelernt. Mein Vater war eine Art von Koordinator dieser Spezialgroßhändler. Das waren lauter kleine Leute, also nicht körperlich klein, sondern es waren kleine Unternehmen. Aber den Zündholzgroßhandel zu übernehmen? Nein, ich wollte schon sehr früh wirtschaftspolitisch arbeiten. Würden Sie sich als typischen 68er bezeichnen? Nein, nein, ich bin ja vorausgelaufen vom Alter her schon. Also die Politisierung, die hier in München stattfand, die fand 63, 64, 65 statt. Der wirtschaftspolitische Club, den wir gegründet haben und das Forum, was wir hier in der Uni hatten, das war 65, 66, 67 und 68, dann hatten wir einen parlamentarischen Staatssekretär von Schiller eingeladen, der so begeistert war von dieser Truppe hier, dass er am nächsten Tag anrief und fragte, ob nicht einer von uns Redenschreiber werden wollte. Das war dann der Weg in die Politik. So einfach geht es. Also die haben Sie einfach entdeckt dann an der Uni in einem Diskutierclub. Also der parlamentarische Staatssekretär Klaus Liederahndt hat die Gruppe entdeckt und hat dann gefragt, pauschal, hat einer von euch, hat einer von euch Lust? Und ich war gerade der Sprecher dieses wirtschaftspolitischen Clubs und habe dann die anderen gefragt. Es war etwas schwierig, die Entscheidungsbetreffen von München nach Bonn wegzugehen. Da hatten wir alle etwas Moores vor. Und dann hat sich ein anderer noch interessiert dafür und wir beide haben uns beworben. Und es war klar, wenn der andere das machen muss, dann muss er und der andere bleibt hier. Also es war ein fairer, ohnehin fairer Wettstreit. Und dann wurden wir beide genommen. Und ein Jahr später sind Sie dann schon von dem Superminister Karl Schiller zu Willy Brandt gewechselt. Wie kam es dazu? Das kam so, dass im Jahre 1969, schon beginnend 1968, eine heftige Debatte um die Aufwertung der D-Mark ging. Völlig parallel zu heute. Wir hatten extreme Exportüberschüsse und es war notwendig, diese Aufwertung zu machen. Damals konnte man die eigene Währung noch aufwerten. Das kann man ja heute nur intern, indem man die Löhne steigen lässt zum Beispiel. Das hätten wir, Herr Schiller zum Beispiel, heute vorgeschlagen und wir auch. Und damals weigerte es sich Strauß, das mitzumachen mit Rücksicht auf die bayerische Rüstungsindustrie oder Flugzeugindustrie, die mit einem niedrigen D-Mark-Kurs wunderbar exportieren konnten. Und ich habe dann im Auftrag von Schiller dieses Thema in der SPD-Spitze durchgesetzt über einen Wahlkampfkreis. Und da bin ich mit Willy Brandt zusammengekommen. Und da hat er gemerkt, dass ich halt einigermaßen gut strategisch denken kann und auch formulieren kann. Denn wir haben dann zur Aufwertung auch Anzeigen gemacht und Texte gemacht. Und ja, am Wahltag selbst lag ich im Krankenhaus und am nächsten Morgen hatte ich drei Blumensträuße. Und einer war von Willy Brandt, obwohl ich ja nicht dessen Mitarbeiter war. Und wenig später kam die Anfrage des Bundesgeschäftsführers Wischniewski, ob ich denn nicht Lust hätte, in die sogenannte Baracke zu kommen. Schiller fand das furchtbar. Wie kann man denn eine Karriere im Ministerium abbrechen, um in die Baracke zu gehen? Denn alle verachteten die Baracke, alle verachteten den SPD-Vorstand, dem sie eigentlich ganz viel zu verdanken hatten. Ihre eigene Karriere war ohne Parteibasis ja auch nicht denkbar. 31 waren Sie damals, ne? Ja, das waren 68, 69 war ich 31, oder 30 gerade noch. Was waren für Sie die wichtigsten politischen Ziele dieser Ära, wo Sie auch dachten, die können Sie vielleicht besser in der Baracke, also mit der Partei erreichen? Das eine, das hat schon was mit der Aufwertung zu tun gehabt. Das ist einfach eine vernünftige Wirtschaftspolitik, die zu guten Entscheidungen führt. Das andere war ganz klar die Ostpolitik. Und das dritte war die Integration der protestierenden jungen Leute. Und da war Willy Brandt einfach ein alleinstehendes Markenzeichen für. Die anderen waren alle nicht so geneigt, hatten eher sogar Vorbehalte, auf die jungen Leute zuzugehen. Und dann gab es aus der Münchner Zeit noch ein besonderes Interesse an einer Bodenrechtsreform. Wir hatten hier in München eine Bodenwertzuwachssteuer erarbeitet. Die habe ich dann in Bonn auch versucht, in die Programmatik der SPD einzubringen. Das ist auch gelungen mit Jochen Vogel zusammen und Koschnik. Damals waren alle Leute gegen Spekulationen. Heute wird Spekulationen gefeiert und der Hauptspekulantenförderer Asmussen wird als Staatssekretär bei dem Arbeitsministerium. Das sind alle absurde Geschichten. Kommt jetzt gerade ganz aktuell nochmal zurück. Sie haben von der Alleinstellung von Willy Brandt gesprochen. Dieser Kniefall von Warschau 1970. Wie sehr war das vorbereitet und wie sehr war das wirklich spontan? Ich meine, Sie waren damals zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Ja, wir hatten damit nichts zu tun. Das ist ja wohl klar. Er hat das vielleicht bei sich überlegt getan oder spontan. Er äußert sich dazu, glaube ich, auch in Erinnerungen. Aber das war keine Sache, die von irgendjemandem im Hintergrund geplant war. Das war eine sehr persönliche Angelegenheit. Sie ist teilweise missverstanden worden als Liebedienerich, als nachgebend gegenüber Gegnern. Und ich glaube, die Leute haben überhaupt nicht, die so geredet haben, die haben überhaupt nicht kapiert, was wir alle davon hatten. Was solltet sein, dass ich so ein wichtiges Ereignis wie diesen Kniefall jetzt als ein Element dafür sehe, dass es uns allen wirklich viel besser ging im Umgang mit unseren Nachbarn. Das war ja eine tolle Zeit, wenn sie ins Ausland kamen. Da waren sie als Deutscher wirklich anerkannt. Und die Leute gingen offen auf uns zu. Man musste mal überlegen, dass das ja gar nicht so schrecklich weit von 1945 entfernt war. Das waren 25 Jahre. Das ist überhaupt nicht lange, wenn man sich mal überlegt, den Abstand von heute dorthin. Ich selbst habe als junger Mensch das genossen, dass wir keine Probleme hatten mit anderen jungen Menschen Europas und in der Welt gut auszukommen. Und dass wir anerkannt waren, der Ruf Deutschlands war eigentlich nie mehr so gut und vorher nie so gut wie damals. Ist es dann am Ende doch in erster Linie das, was dann bleibt, so die Ostpolitik? Ist das aus Ihrer Sicht, aus der Rückschau wirklich die große Marke von Brandt? Oder Sie werben ja auch sehr dafür, dass man die innenpolitischen Seiten auch... Ja, also ich kritisiere ja geradezu an der Geschichtsschreibung, dass dieser einseitig sagt, er sei ein Teilkanzler gewesen. Also einer, der sich nur um die Ostpolitik, um die Außenpolitik gekümmert habe. Das ist, wie wir Pfälzer sagen, Grotte falsch. Der Willy Brandt hat den Umweltschutz eingebracht in die öffentliche Debatte in Deutschland. Und wir haben die ersten Gesetze gemacht 1969 schon und 1970. Und er hat ja eine berühmte Rede gehalten 1972, als er darum warb, dass die Menschen doch mitfühlen und mitleidend miteinander umgehen sollten. Das heißt, er hat auch eine weltanschauliche Bedeutung oder eine Bedeutung gehabt für das Verhalten der Menschen untereinander. Das ist eine ganz, ganz entscheidende Angelegenheit. Und das ist so wichtig, dass man das eben nicht, dass ein Bundeskanzler sagt, Egoismus ist nicht das Lebenselixier eines Volkes. Jedenfalls nicht alleine, dass jeder für sich selber sorgt und für seine Familie. Ist klar, das hat er auch nicht anders gesehen. Aber dass dazu noch ein solidarisches, altruistisches Element kommen muss, wenn eine Gesellschaft gut sein soll, wenn die Menschen gut zusammenleben sollen, das war einmalig bei ihm. Andere haben das vielleicht ab und zu mal gemerkt, aber sie sehen es heute, wie sehr der Eigennutz und der Egoismus dominiert und wie sehr wir es nötig hätten, dass so jemand mal wieder kommt. M сем recognizing mit dem inhibieren. und dann sollten sich das oft. Vielen Dank.